Ja gut, ein paar sind ja wenigstens schonmal da. Aber es ist halt blöd, dass die immer schon alle ab morgen rein gefangen haben. Ja, aber die sind ja alle jetzt schon auf einer anderen Karte. Ne, das ist automatisiert. Ja? Das hat geholfen. Oh, das ging jetzt schnell. Boah, ich kann ja richtig schnell laufen. Was hast du gemacht? Bewegungsskitschönigkeit. Schön, dass du wieder zurück wirst. Ich hab den Verserker jetzt getroffen. Ich kann schnell mitbewegen und heilen mich automatisch in dieser Zeit. Ah, ich kann jetzt schonmal das Plotan erholen. Ja, ich hab mir jetzt gleich die Arme rausgeholt. Geil. Oh, hier. Klopft hier einer. Hallo? Der ist ja eingesperrt, ja? Soll ich auch von der Seite gegen kloppen? Vielleicht komm ich ja rein. Wenn du nicht rauskommst, vielleicht komm ich rein. Der ist voll auf Akko, Alter. Sieht alles aus wie so ein Genlabor hier. Beeilung, die Sets kommen näher. Wir sind das verdammte Meilen. Das feste Spielzeit ist um. Geht und tötet mehr Sets. So, jetzt kann ich das. Hier geht's noch rein. Die Tür streckt ganz schön was ein. Oh, schau! 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 So, dann wird ein Hauss. Die Tür steckt ganz schön was ein. Oh, schau! Die Tür steckt ganz schön was ein! Diese Tür wird nicht ewig halten. Die Tür wird nicht ewig verurschen. jetzt beende den auftrag war nicht der alte ständige erneu auch im kampf wenn wir doch eben etwas anziehen der heiligke aber trotzdem muss er dann weg hier ist eine sirene fast dauernd gemacht ich darf das ich kann schnell weglaufen das war der letzte geht zur angezeigten Kapsel für mehr Ausrüstung ich habe offen wie die Berge das System sagt dass du den meisten selbst getötet hast ja die hat so eine komische Stimme und die gibt mir so auf den Sack ich weiß nicht wie die Stimme von K-Su war ich kann die Displays von dem gar nicht mehr gucken weil der redet auch so viel Blödsinn das ist weitergegeben, dann werde ich ihn ababonnieren so, ja, das ist perfekt würde ich mal sagen mehr Sets im Anmarsch packt eure Sachen zusammen müssen wir bis Dienstag warten bis der Akkuträger kommt das hier wird verschlossen das ist gar nicht abwarten endlich den riesen Wolken zu machen aber mit der Single-Crawl da das ging schon mal richtig gut also ihre Dampfentwicklung war schon doppelt so groß eine große Wolke habe ich noch nie gemacht gehabt das war 150 Grad die Post abgehen die Post abgehen ne 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 Nein, lasst nicht aus hier, lasst nicht aus hier. Ich wusste es doch. Die Tür wird nicht ewig halten. Ich habe keinen Schuss. Ich hatte einen Schuss. Nein. Ich mache keinen Schuss. Oh, ha ha ha! Das ist eigentlich ein bisschen an Doom hier, der Level. Hey! Hey! Das ist doch nicht der Weg. Das ist doch nicht der Weg. Das ist doch nicht der Weg. Das war der Weg. Weiter suchen. Wenn ihr fertig seid, kann ich die Händler-Kampsel wieder öffnen. Ich glaube, das ist hier irgendwie schwer. Ich weiß gar nicht. Aber wenn er jetzt nur normal ist. Ich weiß, er ist mehr verwinkelt. Du hast nicht so den Überblick. Weißt du? Ich schweiße. Der Feuerteufel ist bestimmt. Oh, das war. Die Tür ist versiegelt. Das hier wird verschlossen. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Jawoll. Geht zur Kapsel und rüstet euch aus. Fertig. Dein Überlebensinstinkt da draußen beeindruckt mich. Also diese schnelle Sprit, da kann ich die Leute über Sprit überholen. Ich bin natürlich auch erster hier, ist klar. Geld sparen für den. Mir geht das klasse. Danke. Da ist ja noch ein Mal mehr. Bild mit dem Knüppel, ey. Schön, dass du wieder zurück bist. Wieviel brauchst du denn noch? Blute nicht alles voll. Ich hab noch auch drin dort. Nein. Ja. Ja. Selbst geortet. Ich muss die Kapsel gleich schließen. Ja, wunderbar. Danke. Die steht mit der Munition bei. Ah, siehst du. So, ich schaufel erstmal weg. Oh, jetzt kann ich das nehmen. Jawoll. Noch. Kampfrüstung füllen. Ja, das fragt. Jawoll. Ich schließe die Kapsel gleich. Schön rumknüppeln. Boim, boim, boim. Ja, rumknüppeln, ja. Die Zeit ist um. Geht und tötet mehr Zets. Hehehe. Ich schweiße. Ich schweiße. Überall liegt die Remera um. Da bekommst du immer überraschend. Das hab ich hier. Ich weiß nicht. Die 75 Lebenspunkte mehr, die sind noch besser. als diese Heilung. Weil das dauert sehr lange. Und zwar 1 Sekunde, aber 10 Sekunden. Sind das nur 10 Sekunden? Ja. Ja. Das hast du aber jetzt. Sonst wenn du die anderen hast, hast du gleich von der 25. Das ist bloß. Du hast ja auch die Spritze drauf. Wenn du reißen untergehst. Kannst du wieder Spritze auf? Ja, ist ja gut. Ja. Seid. Ein guter Start. Aber es sind noch viele Sätze übrig. Flöte hier hin, ey. Hahaha, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, nicht hin hier. Ach, die Scheiße, was ist denn gelohnt? Das gibt es doch nicht. Ja, das Schöne ist natürlich, bei der einen Schöne an das Schöne. Das ist wiederum der Vorteil. Ja, alles wurde nachgebracht. Hohoho! Dieser Schwarz hat uns fast endlich geschickt. Gute Arbeit, wir können die Händlerkapsel bald wieder öffnen. Ich muss nachladen. Hoho! Geil, der Rücken schlägt den Decken, dann fliegt er zwei Meter nach vorne. Achtung! Ein Storfer treibt sich hier herum! Arme abscheuliche Wesen! Jemand muss dafür bezogen, wird zugeschweißt! Alles fertig! Die nächste geht richtig ab auf der Map, glaube ich. Das wäre richtig lustig, die nächste. Du weißt, wie man da draußen überlebt. Ein guter Instinkt. Wenn man dann auch schwer wäre, was glaubst du auch da? Das ist die Party-Rocke, ne? Ja. Ja, machst du bestimmt Level ohne Ende. Du kommst zu viele Gegner, ne? Ja. Aber es gibt ja nur 25, ne? So höher geht es, glaube ich, gar nicht. Im Level vom Charakter. Ja. 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 Du hast das Geld verdient. Jetzt gibt es aus. Kommt jemand Geld? Ich werde es verdienen. Mehr Sets im Anmarsch. Packt eure Sachen zusammen. Ich schwimmel da drin. Ich schweiße. Die Tür ist versiegelt. Die Zeit ist fast um. Das ist das Geile an Koop zu spielen. Da können wir die Leute, ey. Interaktieren und Spaß haben, ey. Die sitzen zuhause alle und lachen, ja? Geil. Mehr Sets geortet. Zurück in den Kampf, Mesami. Jetzt bin ich an. Das war genau richtig. Das war genau richtig. Soll ich zu spiel dich einmal? Oha, jetzt müssen wir auch ein bisschen konzentrieren. Die Tür wird den Einzelteilen zerlegt. um all der dritte Sie fliegen 3, ja. Bestimmt von 10 Meter weg, Alter. Einfach. Wir haben ihnen schon zugesetzt, aber es sind noch einige. Nicht gleich zwei hier, oder? Nicht gleich zwei hier, oder? Nicht gleich zwei hier, oder? Oh ja, wir haben noch zwei. Ist hier doppelt gefährlich. Oh. Ist der noch... Oh, 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 oh. Oh, nein. Nein. Ich muss das nicht durch, weil die Wurz... Ach, taus. Oh, der war tot. Ich hab's mir gesagt. Oh, nee. Schau. Mehr Geld, bessere Waffen. Vielleicht ist das dein Ding. Ich hab's mir gesagt. Das ist die Arena. Aber es sind so viele, da würde ich erst mal weggehen. Das ist so eng, der Raum. Du kommst von Dirk so weg, ne? Ich hab's mir gesagt. Boah. Scheiße, 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 scheiße. Ja, aber wir werden es schaffen. Ich hab's mir gesagt. Genau. Ich hab's mir gesagt. Ich hab's mir gesagt. Hätte ich das auch überlebt. Ja. Gebt aus, so viel du willst. Gleich wird es ernst. Deine Teamkollegen sehen nicht gut aus. Habe ich wieder meine Waffe nicht mehr? Das ist ja schade. Dein Überlebensinstinkt da draußen. Beeindruckt mich. Glaub ich, hat noch Geld. Also, so ist nicht... Aber du kannst übrigens auch jetzt dein Ding wechseln, wenn du mal an der Station bist. Oben links steht dann irgendwas Vorteile wechseln. Ja? Ja. Na? Wo kann ich da hin? So, hier oben. Nein. Vorteile. Ne, so. Oh komm, wie mach ich das? Öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung. Oh Mann! Da hab ich da falsch hingeschaut. Letzte Chance, Leute. Feinde geortet. Ich bin in Spindierlaune. Dollar. Ich bin in Spindierlaune. Geld, Leute. Ach nee, da kannst du nur auswählen. Bersagerkommando. Okay. So, du brauchst noch Geld? Ich muss die Katze zurück. Ich hab mal einen dicken Knüppel. Ah, okay. Den ersten Vorteil werde ich hier aufhören. Na? Ich habe Geld verdient. Eine kleine Spende, wenn es jemand hat. Die Zeit ist um. Toll. Geht's und tötet mehr Zets. Und nicht mit der Tei und das auf enger Raum interaktieren. Ich hab ein paar neue Tricks gelernt. Ja. Das wird fies. Aus. Das wird fies. Einem click vor. Was zieht euch ein? Es braucht jemanden zu gehen? Oh, da sind die Raketen gewesen, ja? Oh, da sind wir schon wieder heilen. Hau da ab, ja. Tod! Du gehst unter! Wenn das eine Feinti-Firbs werte, sind so passé! Was ist mir gefallen? Ey! Nein! Ich hab hier etwas Moniziotes! Lass mich! Dein Blut! Nein! Nicht meine Babys! Deine Babys! Meine Babys, ne? Ihr wisst schon! Was? Hm? Ich lade nach! Geht auf, ja! Nein! 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 Was? Neue Patronen im Lauf! Oh! Dein Blut ist richtig lecker! Überlegene Gene siegen immer! Habe ich aber Glück gehabt, ey. Die kann mir auch nicht zugeblieben, oder okay. Was habt ihr? Oh, ich bin mir doch nackt, ey. Neue Patronen im Lauf! Tschüss! Das war's! Und... ... ... Ja! Voll auf'n Nischel! Genau, alter! Hast du das gesehen, oder was? Ja! Ist ich tot? Ne! Das hast du nicht erwartet, oder? Aber stand doch nähe, wo ich da rauskomme, wo ich da hinne. Ja, alle, da bin ich. Und das war doch ein Scheißbuss. Halt mich, bevor die Gübe weghauen. Zehnt euch an, ihr rennt herum. Für euer letzter Fehler. Du kannst nicht sagen, ich steh. Was ist das? Ja, das ist schon das. Aber ich bin auch nicht sicher. Wollen wir so viele zu finden, in Sicherheit? !!" Wunderbar! Nur eine meiner zahlreichen Verbesserungen. Was soll das? Hast du doch wieder eine Erdung geschafft. Ja, mit Donnerstangen und irgendwas. Ich lass das letzte Play so lange jetzt laufen. Meine Freunde, bis die Festplatte voll ist. Ausblenden kann ich mich nicht verabschieden, denn es ist vorbei. So, ich gehe mal auf die Tutuliti. Ja.